Die zehn häufigsten Fehler bei der Altersvorsorge. Erster Fehler. Altersvorsorge? Dafür habe ich später noch Zeit. Je später Sophie und Daniel mit ihrer Altersvorsorge beginnen, desto mehr Geld müssen sie Monat für Monat aufbringen, um auf eine anständige Rendite zu kommen. Wenn Sophie und Daniel schon früh anfangen, Geld fürs Alter zurückzulegen, können sie mit kleinen monatlichen Beiträgen viel erreichen und vor allem, wenn sie auch die Erträge gleich wieder mit anlegen. Zweiter Fehler. Die gesetzliche Rente reicht fürs Alter völlig aus. Diese Annahme ist ein fataler Fehler. Fakt ist, dass das Rentenniveau in Zukunft sinken wird. Sophies und Daniels gesetzliche Rente wird somit auf keinen Fall mehr ausreichen. Die Hauptgründe hierfür sind der demografische Wandel sowie der immer spätere Eintritt ins Berufsleben, zum Beispiel durch Studieren. Dritter Fehler. Geldgeschenke vom Staat werden leichtfertig verschenkt. Sophie und Daniel sollten sich unbedingt mit der staatlich geförderten Altersvorsorge beschäftigen. Hier bekommen sie vom Staat nämlich sehr viel Geld, einfach dazu geschenkt. Allerdings lohnt sich hier ein neutraler Vergleich der einzelnen Produkte, denn nicht alle Produkte lohnen sich für jeden und manchmal macht auch eine Kombination durchaus Sinn. Vierter Fehler. Fehlendes Durchhaltevermögen. Die Altersvorsorge ist genau das, was das Wort aussagt. Eine Vorsorge fürs Alter. Wenn Sophie und Daniel zu früh aufhören, für ihre Altersvorsorge Geld zurückzulegen oder sogar bestehende Verträge kündigen, bringen sie sich und ihre Rente in große Gefahr. Sollte das Geld mal zu knapp werden, um für die Altersvorsorge zu sparen, gibt es deutlich bessere Lösungen. Hier kann ein Profi weiterhelfen. Fünfter Fehler. Wenn ich verheiratet bin, ist die Altersvorsorge Männersache. Sophie sollte sich nicht nur auf ihren Mann verlassen, also zumindest nicht bei der Altersvorsorge. Zum einen gibt es für keinen Mann auf der Welt eine Jobgarantie und zum anderen hält nicht jede Ehe für immer. Laut Statistik wird hierzulande leider jede dritte Ehe geschieden, daher sollte Sophie auf jeden Fall selbst vorsorgen. Sechster Fehler. Heute dies, morgen das. Wenn Sophie und Daniel zu oft von einer Vorsorgestrategie zur anderen wechseln, müssen sie mit finanziellen Einbußen rechnen, denn ein Strategiewechsel ist immer mit Kosten verbunden. Sophie und Daniel sollten sich also gut überlegen, welche Vorsorgestrategie zu ihnen passt und ihnen genügend Flexibilität und Freiraum für unerwartete Situationen lässt. Siebter Fehler. Die eigene Arbeitskraft nicht absichern. Die beste Altersvorsorgestrategie nützt nichts, wenn Sophie und Daniel ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Denn dann haben die beiden wahrscheinlich kein Geld mehr für ihre Altersvorsorge übrig. Aus diesem Grund sollte auf jeden Fall immer zuerst die Arbeitskraft abgesichert werden. Achter Fehler. Ich werde sowieso nicht alt. Sollten Sophie und Daniel damit rechnen, dass sie sowieso nicht so alt werden, um eine Altersvorsorge zu brauchen, wäre das ein sehr gefährliches Spiel. Schon heute werden wir ohne Probleme 85 Jahre und älter. Wie wollen die beiden denn dann ab ihrem Renteneintritt 20 Jahre und mehr mit viel zu wenig Geld auskommen? Neunter Fehler. Momentan gibt es sowieso keine Zinsen, da lohnt sich das Sparen sowieso nicht. Bei der Altersvorsorge ist es zuerst einmal wichtig, überhaupt regelmäßig Geld anzusparen. Für eine gute Rendite sorgt dann die richtige Anlagestrategie. Sophie und Daniel sollten aus diesem Grund eine Strategie mit verschiedenen Anlagearten wählen, um sich bei ihrer Altersvorsorge nicht in die Abhängigkeitsfalle zu begeben. Zehnter Fehler. Ich lebe jetzt. Sophie und Daniel wollen ihr Leben genießen und nicht ständig ans Sparen denken. Allerdings sollten die beiden auch ihre Zukunft und ihre Altersvorsorge nicht aus den Augen verlieren. Am besten lassen sie sich gleich am Anfang des Monats einen fest eingeplanten Betrag für ihre Altersvorsorge von ihrem Konto abbuchen. Mit dem, was dann übrig ist, können die beiden dann ihr Leben in vollen Zügen genießen. Wenn sie auch im Alter genügend Geld haben wollen, um ihr Leben so richtig genießen zu können und sie trotzdem jederzeit flexibel bleiben wollen, dann vereinbaren sie am besten noch heute einen Beratungstermin mit uns.